Deutschland ist zweigeteilt, was das Wetter angeht. Im Westen Plusgrade und im Osten eisige Kaltluft. Wir sind auf dem Weg von Westen nach Osten und im Moment stehen wir in Bremen. Es weht ein eisiger Wind, die Temperatur etwa minus vier Grad und wie man sieht, hier hat es geschneit. Das darf es natürlich auch. Wir haben Januar, aber der Schnee macht teilweise massive Probleme auf den Autobahnen. Selbst hier die Nebenstrecken sind komplett mit Schnee bedeckt. Wir sind heute früh im Westen gestartet. In der Nähe von Münster gab es bei plus drei Grad noch Regen. In der Nähe von Osnabrück gab es bereits Eisregen. Alles war mit einem dicken Eispanzer versehen und jetzt, wie gesagt, hier in Bremen sind wir im Schneefall. Das soweit von der Luftmassengrenze in Deutschland. Ich bin Marco Kaschuba für WetterOnline. Was halten Sie von diesem Wetter und von diesen eisigen Temperaturen? Sau kalt. Weiter?